wir kriegen das wir kriegen ich habe schon noch ein dodo ich wollte noch ein bisschen dodo jagen aber da ist noch irgendwas kleiner ich glaube ich habe da ein wenn sie gesehen so einmal noch das zeug in die kiste und dann geht es weiter bzw zurück so fahr schon auch rein alles rein was ich nicht brauche ja da wackelt die erde ich glaube da läuft gerade ein Dino hinter mir rum das setzt sich halt einfach mal gechillt wieder aufs Stämmchen so ich gehe jetzt nach hause guck mal ob ich noch was essbares finde auf dem Weg außer Bären ich wollte eigentlich anderes Zeug haben sowas hier das gefällt mir jetzt wurde ein talking about was ist da oh das ist noch so ein riesendinger hey die dodos fühlen sich hier wohl gut 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 es fügt sich alles zusammen oh da ist wieder so eine riesen schildkröte mal gucken ob ich sie ja nein hallo oh scheiße keine Waffe mehr ich habe sie gleich wenn sie sich tollt dann habe ich sie gleich jawoll boah gab es viele tierhäute das hat mich auch ein bisschen geschlau aber ich habe sie erlegt mit meinen eigenen Fingern so wir können uns nur eine spitze machen dann können wir uns gleich noch mal ein bisschen Feuerstein organisieren äh und dann können wir auch noch mal so ein Speer bauen gib mir ein Feuerstein jawoll oh ich bin glaube ich fast down was fehlt denn da warum kann ich keine spitze äh eine Fasern fehlen mir wo soll ich denn jetzt Fasern herbekommen ich glaube das ist das falsche ja jetzt reicht nicht wie viel Fasern brauche ich denn für den Scheiß zwölf und zehn habe ich ja toll jetzt aber jetzt müssen wir erst mal das ganze Fleisch ich wollte gerade sagen ich muss wieder essen ja hallo jemand zu Hause natürlich nichts zu meinem Haus ja ich verbrenne immer das ganze Zeug und dabei die da können wir essen die auch ähm ähm öffnen 22 hier heute warum ist eigentlich jetzt immer noch Tag oder ist schon wieder Nacht ich weiß es gerade gar nicht für was brauchen wir denn für was brauchen wir denn entstehen durch verbrannte Kohle das brauchen wir bestimmt irgendwann aber ich habe noch keine Ahnung wann und vor allem auch nicht für was dann haben wir jetzt immer noch Tag oder ich glaube die Sonne geht gerade unter ach so ich muss das Feuer auch am besten mal anmachen weil sonst 8 Minuten ja Nahrung haben wir gut ne Nahrung sind wir schlecht dann müssen wir essen ne Nahrung steigt wieder doch und wir haben bald schon wieder das nächste Level erreicht kämpfen war gut die Narko Bären ich weiß halt noch nicht ich glaube ich muss mit einem Knüppel äh die Tiere hauen und dann ähm kann ich mhm ähm das alte Zeug da eigentlich wegwerfen Wasser auffüllen das wird vielleicht auch mal wieder an die Oberfläche aber ich bin äh ganz am Anfang bin ich mal gestorben durch durch einen Hai oder so ja der kommt wahrscheinlich erst weiter draußen ich probiere gerade mal hier irgendwas zu erkennen mir ist kalt mir ist nicht kalt sooo ach so warte mal ich hab ja hier extra ne spitze Hacke gemacht um mir ein bisschen Feuerstein zu organisieren dass ich davon auch schon genug hab dann ja naja guck mal es gibt fünf sieben neun uh das gab viel Auch in echt bin ich gerade auf Suche nach Feuerschein. Feuerschein ist viel wert im Survival. Ich kann auch die Taste gedrückt halten, ist ja interessant. Geht das dann auch irgendwie... Ich bin erschöpft. Dann gehen wir sammeln. Wenn wir erschöpft sind, müssen wir was anderes machen. Dann können wir sammeln gehen. Sammeln braucht nicht so viel Power. Dann sagt mein Inventar, ich habe noch gut Platz. Ich bin ja nicht so schwer. Sehr gut. Oh Gott, dich nehme ich auch noch mit. Komm mit! Ah, können wir essen. Brauchen wir noch mehr zu essen. Karottensamen. Müssen wir irgendwann nur mal gucken... ...dass wir uns... ...nerke oder sowas machen, dass wir die Samen auch anpflanzen können. Sonst bringen uns die Samen wenig. Ja, altes Treibholz hier wegmachen. Hallo! Sehr schön! Jetzt gucken wir mal, ob der eine... ...den Stein haben wir ja noch. Er muss doch auch noch ein bisschen... ...weil der Stein abgeht. Okay. Zehn gegrilltes Fleisch. Sehr schön. Feuer aus. Ja, bisschen Ressourcen sparen. Nicht immer so, äh... ...Karottensamen. Karottensamen finde ich ganz cool. So, Feuersteinhammer, Steinhammer... ...und das verdorbene Fleisch habe ich immer noch nicht weggeworfen. Das verdorbene Fleisch verdirrt in... ...ein paar Minuten. Okay. Wenn du das sagst. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich hier nicht sehen kann... ...wann das Fleisch verdirbt. Wir essen erstmal das hier. Ah, da haben wir noch mehr Bären. Das verdorbene Fleisch hauen wir einfach mal jetzt da rein. Das nervt mich nämlich ein bisschen. Und irgendwie warte ich immer noch auf die Nacht. Wird mir das nicht irgendwo angezeigt? Da ist die Sonne. Rüstung, Kälteschutz, Hitzeschutz... 13 Grad haben wir bloß. Ah, hier ist die Zeit. 19 Uhr 22. Okay. Ja, machen wir mal hier wieder Feuer. Damit wir ein bisschen, äh... ...aufgewärmt werden. So, das soll es jetzt auch von der ersten Aufnahme-Session gewesen sein, ja. Wie ihr gemerkt habt, die Folgen ARC kommen jetzt alle zwei Tage im Ersatz für... ...Captive Minecraft. Ja, ähm, einfach... ...ich will mal gucken. Also, wenn ich es hinkriege, alle zwei Tage. Und, äh, falls ihr wirklich ganz viel Bock drauf habt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann spiele ich Minecraft, äh, ARC, ähm, jeden Tag. Ja? Dann nehme ich für jeden Tag eine Folge auf. Komm dann zusammen mit, äh, Sky Factory, Minecraft Sky Factory. Schau doch bei meinen anderen Videos vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.